Leute, meine kleinen Mannschafts, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, und heute spielen wir wieder NPC-Heine-Zieh gegen meinen Freund André. Ich bin ein NPC. Hast du wieder irgendwas in deine Nase gesteckt? Was? Was? Das sollte privat bleiben. Kuss geht raus, an Panisch-Anti für diese wunderschöne Map. CT oder mein PK oder André-YT, wisst Bescheid, oder Panisch-Anti-59-Anti. In den Item-Shop. So. Oh, Digger, das sieht wilde Willis, Junge. Oh, tschüss. Okay, André, guck mal, wir starten rein. Wir haben wieder hier vier Levels, die wir hier bestreiten müssen. Okay, Leute, wir in der ersten Map. Okay, André, da kannst du nicht mitmachen, weil du den Skin nicht hast. Und zwar ist es dieser Skin hier. Und zwar diesen Skin hier, meine Damen und Herren, den hat André nicht. Okay, André, du hast den. Nee, hab ich nicht. Das heißt, in der ersten Runde bist du nur du, Hunter, und ich bin NPC. Ich geh zuerst rein, ich gönn mir hier meine NPC-Waffe, du gönnst dir die andere Waffe. Und sobald ich ready bin, kommst du rein, und dann geht's los, okay, mit NPC-Heine-Zieh. Okay. Lass ein Like, da, lass ein Abo, darum nichts mehr zu verpassen und ich sage, ich geh rein. Oh mein Gott, du wirst mich nie im Leben finden. Okay, André, ich bin drin. Ich kann irgendwie nicht gehen wie die Normalen, aber du kannst reinkommen. Ich verstecke mich unter der Menge. Du wirst niemals wissen, wer ich bin. Okay, hm, wer bist du? Hm, ich bin wie ein NPC, auch wenn du an die NPCs läufst, Junge, die schießen zwar nicht, aber die zielen auf dich. Ich könnte jeder sein, das ist schwieriger, als du denkst, mein Freund. Irrenlos. Warst du das? Ja, ich war das. Nee. Okay, hm. Oh mein Gott, wie geil das aussieht, oh mein Gott. So, ich musste, hab ich Fragen oder was? Natürlich hast du Fragen. Ja, dann frage ich. Oh du Mann. Frag doch, André. Wie tief ist der tiefste, Spaß? Okay. Drei Zentimeter. Bah. So lang? Ja. Hm, okay, meine Frage ist, ich bin wie ein NPC-Pro. Hast du eine Cappy auf Spaß? Ich weiß gar nicht, was man fragen soll. Was soll man fragen, wenn alles gleich aussieht? Wo soll ich fragen? Weiß ich nicht, ich frage gar nicht. Ja, am besten nicht. Frag mich. Muck nicht. Ich weiß, dass du das bist. Wir machen drei Schussjoker, egal wo du bist. Hör zu, wir machen drei Schussjoker, egal wo du bist. Muck nicht. Okay. Ja, okay. Drei Schussjoker, egal wo ich bin. Genau, egal wo ich bin. Oh nein. Nein, das wäre unfair, das wäre übel dumm. Guck mal, ich gehe einfach hier oben rauf, gucke alles und putze jeder schießen. Okay. Trau dich, wenn du traust. Schießen, oder was? Ja. Ja, Scheiß-Tipps, ne? Weiß ich dir, ich bin der Wilde. Ich bin gleich ready. Ja, gleich, Digga. Jetzt ist schon vorbei. Okay, du bist auf jeden Fall keiner, der einfach nur rumsteht. Du bewegst dich die ganze Zeit rückwärts, weil das ist die einzige Möglichkeit. Ah ja, so einer bist du. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Oh, du standest genau neben mir, André. Echt? Ja. Aber wer ist es denn? Okay, Eko-H. Komm, soll ich nochmal schießen? So ehrlich, soll ich nochmal schießen? Flieg doch, flieg doch weiter. Ja, schieß mal nochmal. Schieß mal nochmal. Okay, schieß nochmal. Boah, Digga, das ist ja wirklich schwer. Das ist todesschwer, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Wie viel Schuss hat es dir? Zwei, ne? Zwei. Ich gebe dir fünf. Boah, das warst du auch nicht. Junge, die Bots klettern auch, Bro. Das ist ja insane. Ja, das ist ja ultraschwer. Das ist... Bruder. Okay, Odoman. Ja? Duck dich mal. Hab ich. Okay, Odoman. Ja? Spring mal. Hab ich. Ehrenlos. Okay, dann gehörst du zu dieser Ecke nicht. Aber die bewegen sich so, dass man gar nicht wissen kann, wer du bist, Junge. Ja, das stimmt. Guck mal, das auf jeden Fall. Die drei auf jeden Fall schon mal nicht. Ah, ich hab's durchgedribbelt. Boah, ich hab dich auseinandergenommen. Wie denn? Ich stell mich einfach hier in die Ecke. Ja? Und dann hören sie irgendwann auf, auf mich zu zielen und gehen wie NPCs. Und dann hast du safe verloren. Ich glaub nicht, weil die sehen dich die ganze Zeit, Otto. Ja, dann warte mal ab, dann sehen sie mich gleich nicht mehr. Oh, ist verschlossen. Die wie Atre hat gar keine Ahnung, wer ich bin, Junge. Und jetzt kommen alle zu dir, Junge. Alle kommen zu dir. Sieht ja wie Mücken, Junge. Atre. Okay, mein letzter Schuss, Joker, ne? Soll ich? Ja. Ah, ich hab's gesehen, du Ekliger. Das warst du nicht? Nein. Hä? Okay, ich bin der Beste. Komm, sag nochmal Schuss, Joker. Ich bin wieder geschossen. Junge, es ist unmöglich zu schaffen. Das ist so gut. Oh mein Gott, aber das ist unmöglich. Oh mein Gott, aber das ist unmöglich. Bereit? Ich bin Hunter. Du bist NPC. Geh rein in deine Lobby. Ich gönne mir die Sniper das Lebens, Junge. Abfahrt. Sag, wenn du ready bist, dann komm ich rein. Oder, Mann, komm rein. Ich bin drin. Ich werde dich so hoppen. Oh, dieses Spielchen ist schon wieder da am Start. Und Junge, er baut das so weit hin, dass ich kaum was erkennen kann, gefühlt, Junge. Perfekt, Junge. Okay, André. Ich mach jetzt einen Schuss und wenn ich dich jetzt treff, bist du down. Ah ja, okay. Das war's. Aua. Bin down, GG. Das war's mit dem Job. Okay, André. Das war's mit dem Job. Eine Frage an dich, mein Lieber, okay? Okay, meine Frage an mich. Meine Frage an mich ist, du hast... Welche Farbe hat dein Skin? Äh, schwarz, gelb, weiß. Schwarz, gelb, weiß. Also wie... Junge, du hast jetzt aber nicht diese... Aurora? Wie heißt die? Aurora? Nein, 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 nein. Wie heißt denn die nochmal? Aurora-Skin. Okay, hast du nicht. Machst du gerade einen Emote? Nope. Ich stehe einfach rum. Besser ist es, Junge. Okay. Das ist bestimmt da hinten irgendwo der Ehrelose. So, ich andrücke... Junge, man erkennt nichts, ne? Wir müssen... Oh, ich hab mich hier, glaube ich, gesehen. Wie war die Richtung? Sei ehrlich. Schnappe Geschichte. Wie war die Richtung? Sei ehrlich. Boah, die Richtung hat geschmeckt. Okay, die Richtung schmeckt. André ist hier irgendwo. Ich wusste es irgendwie. Schieß mal nochmal. Boah, das war an meinem Ohr ein Flügel vorbei. Echt? Ne, es geht so. Okay. André. Ja. André Frage. Was für einen Skin hast du? Keine Ahnung, ich hab irgendeinen genommen. Das ist dieser J-Edit-Skin mit dem Mantel. Keine Ahnung, was für ein Mantel. Ja, aber was soll ich das wissen, Junge? Gelb, Rot, Schwarz. Gelb, Weiß, Schwarz. Ja. Gelb, Weiß, Schwarz. Okay, muss doch hier irgendwo sein. Okay, André. Ja. Ich guck ohne gescoped. Ohne gescoped guck ich hin und du springst ein. Hä, dann siehst du es doch sofort. Ich glaub nicht. Ja, okay. Soll ich? Ja. Hast du es gesehen? Nix gesehen. Boah, geil. Nix gesehen. Hä? Wo ist André? Man erkennt halt wirklich null gefühlt, Leute. André lacht sich bestimmt grad schlapp. Ich sag dir so. Ja? Es war aus Versehen, dass ich so ein Skin nehme, der genauso aussieht wie die meisten Charaktere hier. Also wirklich. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Ich mach nachher auch weiter. Wobei, ich sag dir so. Kleiner Tipp. Bei mir ist ein übergroßer Rustlord. Ein übergroßer Rustlord? Also diese, manche Rustlords sind größer als die anderen. Ja, ich check schon. Aber hat die Richtung, wohin ich geschossen hab, gestimmt? Es war, es war auf jeden Fall auf der Seite, ja. Okay, übergroßer Rustlord. Hier sind ganz viele übergroße. Der ist ein bisschen größer. Ich dachte, die, das, das Ding ist halt, die bewegen sich ab und zu kurz und dann mal nicht, aber da ich André kenne, ist er irgendwo weiter hinten und zwar wirklich hier irgendwo und ich schieße einfach mal. Ich muss den nachladen, Bruder. Nein. Also der Schuss war auf der linken Seite von mir. Der linken Seite von mir. Also man muss wahrscheinlich von dir aus weiter links. Von mir aus weiter links. Hier ist ein Rustlord. Bist du jetzt ganz hinten, Junge, du 31er, sei ehrlich. Na, geht schon so ein bisschen. Ich bin in der Nähe von der Bühne, wo nichts ist. Oh, so weit also. Okay, okay, okay. Bruder, man sieht gar nichts. Ich muss viel näher an mein Bühnchen. Warte. Ich hab jemanden springen sehen. Bist du gerade gesprungen? Sei ehrlich. Mit dich. Nein. Warte, warte, warte. War das? Bruder, man erkennt das nicht. Ob sich da jemand bewegt? Hier sind Rustlords. Ich hab ihn gesehen. Er hat sich bewegt. Das war ein dummer Fehler. Das war ein dummer Fehler. Oh mein Gott, Bro. Also mit dem Skin getarnt, getarnt, Bro. Ja, ja, das war schwierig. Das war stark, Junge. Okay, Leute. Ich muss mal sagen, wir spießen den Spieß um und drehen es um. Ich bin dran jetzt, André. Okay, let's go. In dein Hunter. Ich gehe in mein NPC. Ich change mein Skin. Ich mach den besten Skin der Welt, okay? Okay, André, ich sag dir schon im Voraus, was für ein Skin ich bin, okay? Ja, okay. Ich bin dieser Penner-Jonesy. Mhm. Okay, der so am Strand immer chillt. Easy. Und ich gehe jetzt hier. Okay, warte mal, Leute. Wir müssen André irgendwie gut austricksen können. Mir können wir André austricksen am besten. Okay, André, ich bin ready. Okay, ich bin ready. Komm rein, Junge. So, okay. Du bist Penner-Jonesy, ne? Ja. Der mit den kurz- oder langen Haaren. Der gestrandete Jonesy. Dieser gestrandete, der MBK-Skin war. Dieser Penner. Hm. Also nicht der Penner mit der Pommes in der Tasche, sondern der andere. Ich verstehe, ich verstehe. Das war auch zu viel. Ei! Der ist zwar nicht mal irgendwo hingeschossen. Okay, das heißt, deine Haare... Man sieht so dieses Bild von dir, so ganz klein, wie du so zooms. Und es sieht immer so aus, als ob du mich angucken würdest. Ja, ja. Ich hatte auch die ganze Zeit Angst, dass du mich direkt gepackt hast. Auf Trollbasis, wie ich dich das letzte Mal getrollt habe. Schnell, mir fragen, mein Kleiner. Machst du gerade ein Emote? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay. Ah! War das close? Äh, ich weiß nicht. Schieß noch mal dorthin? Nee. Nicht close. Oh, cringe. Ja, was geht's hier unten? Oh, alles cool. Alles cool. Alles cool. Nee, ich seh dich nicht. Ah, du bist wieder oben, okay. So. By the way, Map geil gebaut, Digger. Von unten sieht das ja mal noch achtmal geil aus. Ja, das Ding ist. Ja. Welche Seite? Links oder rechts? Ähm, ich würde sagen, von dir aus eher links. Eher links. Ja. Ja. War das close? Schieß noch mal dahin. Ja, das war close. Hey. Close, ja. Ich sag dir, wie es ist. Ich werde dich finden, Junge. Ich kann einen Schuss machen. Ich sag's dir. Ja, mach mal. Soll ich? Ja. Okay. Hä? Hä? Es hat gar keinen Sinn gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal. Na, aber wohin, Bruder? Schieß doch nach... War das closer? Nein. Wohin schießt du denn? Ja, nach links. Schieß noch mal dahin, wo du geschossen hast? Ja, das ist close. Okay, okay. Also in dieser Reihe ist close. In dieser Reihe ist close, sagt er. Ja. Boah, das ist echt schwierig, weil diese Aura-Skins und diese No-Skins alle auch gelbe Haare haben. Ich sag dir so, wie es ist. Wenn du mich siehst, wirst du dir einen Arsch beißen, dass du mich nicht gesehen hast. Aha, so ein Ding ist das. Das war ein Big... Big... Äh, Fem. Das war ein großer Hilfe. Hä? Mhm. Okay, guck mal. Ja. Sag dir so, wie es ist. Sag. Du bist raus. Ehrenlos. Das hat alles verraten, weil du hast gesagt, du wirst den Arsch beißen, das heißt, du stehst vorne. Ja, das habe ich dir echt alles verraten. Yes. Alles okay. Willst du Duell, oder was? Komm. Nächstes Sniper-Duell gewinnt. Okay, André. Bekommt bessere Waffen im Fall. Ich bekomme die Beste, weil der Schlechtere kriegt die besseren Waffen im Fall. Okay, André, darf ich mal sagen, gehen wir rein in das nächste Level. Das nächste Level ist Widersteh-Bleib-Battle, okay? Hallo? Ja, ich muss erst mal weg, warte. Da, Junge. Ich bin wieder Hunter. Du gehst rein. Ich bin wieder NPC. NPC. Ja. Du gehst eine Fernbedienung, stell dich irgendwo hin. Oh. Und dann Abfahrt, okay? Okay, Abfahrt. Soll ich reinkommen? Nein. Bist du ready? Nein. Junge, was machst du denn? Okay, warte. Ich komme jetzt. Okay, ich bin ready, Automan. Ich komme jetzt rein, Junge. Komm rein. So ein Ding ist das nämlich. Oh mein Gott. Wie, Junge? Wie? Ey, im Haus ist er ehrenlos. Ey, er hat sogar in den Häuser gemacht. Ich bin überall. Er ist echt überall. Er ist wie Taschi. Besser. Du bist im Bett. Warst du nicht. Ja, aua. Ehrenlos. Man hat nur drei Schüsse Zeit. Da ich dich kenne, André, da du nicht ehrenlos bist, gehst du nicht in dein Haus rein und stehst nämlich draußen irgendwo. Boah, was für ein Ehrenmann ich bin. Und zwar stehst du. Wo könnte er stehen? Nee, auch nicht. Mhm. Ich muss mit meinen Schüssen aufpassen. Ich habe schon zwei verkackt, Leute. Ihr wisst, für den Endfight ist das wichtig. Du verkaufst mir Zeitschriften, ne? Drei weg. Oh mein Gott. Breaking News. Okay, André. Ja. Was kannst du sehen? Ein Baum. Ist sehr eklig. Das war eklig. Er kann einen Baum sehen. Der sieht keinen Baum. Der sieht einen Baum. Der sieht keinen Baum. Boah, man kann auch hier hoch. André hat auch ein bisschen länger gebraucht. Ja. Wir fliegen mal hier hoch. Weil von hier oben kann er alles sehen eigentlich. Vom Ding her. Oh mein Gott. Bro, dein Skin hat dich so hart verraten. Ja, deswegen, ja. Oh mein Gott. Guck mal, Leute. Hier ist keine Flamme. Hier ist Flamme. Flamme. In vier. André. Ja. In vier. Okay. Wenn ich einen Schuss brauche. Wetten wir nicht? Safe. Wetten wir nicht? Du weißt, der Bo jetzt hier gewinnt. Wenn du mehr als vier brauchst, kriege ich die besseren Waffen im Fight. So ein Ding ist das. So, André. Ich werde mich jetzt irgendwo hinstellen, okay? Du musst mich niemals finden, okay? Yes. Nee, ich muss gucken, Leute. Okay, André. Ja. Okay, ich bin versteckt. Du kannst reinkommen. Ich bin da, Junge. Ich bin versteckt. Und wenn ich dich First Drive finde, bin ich der Krasseste, okay? Ja. Der kriegt die besseren Waffen im ganzen Leben dieses Jahr. Okay. Okay. Für immer und ewig. Für immer. Ja, Odermann. Meine Frage an dich ist. Ja. Ich stehe in der Sonne oder im Schatten. Ich stehe in der Sonne. Schade. Ich bin so gut. Geht so. Das wäre mehr als fünf sogar. Du musst mich niemals sehen. Mehr als fünf sagst du? Ja. Sag du, wie es ist? Na ja, Glück gehabt. Einer ist schon reingeschissen, ne? Dein Plan ist schon kaputt, André. Nee. Doch. Stell mir Fragen. Du hast noch mehr Fragen, bevor du schießt, mein Freund. Ich sag dir so, wie es ist, Junge. Ich sag dir, wie es ist. Hä? Die Wolken sind weiß. Ist so. Schmetterlinge sind gelb. Boah. André, lass mal küssen. Ja? Oder ich gebe dir ein Belb. Was ist Belb? Weiß ich nicht. Das ist ein Wort, was ich empfunden habe, was sich übel cool anfühlt. Fühlt? Hashtag Belb in die Kommentare. B-L-B. Okay. Ja, genau. B-L-B. So schreibt man das. Gelb schreibt man auch B-L-B. Ähm. Was siehst du, Odemann? Ich? Ja. Ich sehe Bäume. Ich sehe Bambus. Ich sehe den Drachen. Bambus? Ja. Hey. Ich sehe dich. Was schreibt sich auf Bambus? Keine Ahnung. Okay, warte. Okay, André. Junge, das ist todesschwer. Ist auch. Wie viele Schlüsse hast du schon vergossen? Zwei. Zwei, also. Zwei noch übrig. Ne, drei noch übrig. Dann hast du die schlechteren Waffen. Oder die zwei schlechteren Waffen. Achso. Du hast zwei schlechte und eine gute. Ich habe dann zwei gute und eine. Okay, okay, okay. Schwierig, Digga. Ich bin ehrlich. Ja. Drei Schüsse verballert. Drei weg, Junge. Du siehst einen Bambus. Oder du siehst Bambus. Mhm. Bäume. Mhm. Ich sehe auch einen Stein. Ich sehe auch Pflanzen auf dem Boden. Aha, so ein Schimmelberger bist du. Okay, das grenzt die Suche ein bisschen ein eigentlich. Meinst du? Okay, eigentlich nicht. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ja. Wo bist du? Das war eine schlechte Ausrede. Ich sehe dich echt nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt siehst du mich wieder? Ja. Du bist out of the map, sei ehrlich. Bin ich nicht. Safe, Junge. Das ist die ganze Map. Es gibt nicht out of the map hier. Ja, guck mal. Wie er schummelt, Digga. Mit André, mit Andi abgesprochen. Aber wie soll ich denn da unten was sehen, André? Überleg doch mal. Ja, du siehst es ja nicht. Das ist das Ding. Du lügst einfach. Aber warum soll ich lügen? Ich lüge nicht. Für die bessere Waffe. Nein. Nicht? Du machst dich mit schlechten Waffen kaputt. Mhm. Komm, schieß jetzt deine zwei Schüsse noch. Und dann habe ich gewonnen. Du fliegst in der Luft. Ich wusste es. Du Ekelopter. Oh mein Gott. Er hat mich sogar unter... Nee, bei vier. Wir sind Gleichstand, André. Drei. Bei drei? Nee, vier. Aber du hast gecheatet. Also habe ich gewonnen. Irrenlos. Ja, okay. Dann kriegst du halt drei gute Waffen. Ich kriege drei schlechte Waffen. Ist mir egal. Ich mache dich auch nicht kaputt, Junge. Mich doch nicht. Okay, Leute. Dann will ich mal sagen. Wir holen unsere Waffen. Hier ist direkt eine Fightmap sogar. Richtig geil. Team Dürum und Team Cornflakes. André, was willst du sein? Sei ehrlich. Dürum, Digga. Okay. Cornflakes. Wie ist denn sowas, Junge? Cornflakes. Okay, wir machen unsere Waffen. Cornflakes. Okay, André, bist du bereit für mein Loadout? Ja. Guck. Achso. Ich mache zuerst auf. Guck mal. Guck mal, wie er Schwitzenmodus macht. So, ich werde dich damit so kaputt schalten. Guck mal, er nimmt halt auch... Ich sage zu ihm... Gib. Ich sage zu ihm auch noch... Ja, Bro, du kannst... Du kannst ihm auch, was du willst. Er macht dich direkt wo Gold. Anstatt, er macht so Lila. Dafür gehe ich Team Dürum. Ciao, ich bin Team Dürum. Kannst Cornflakes. Boah, jetzt muss ich hier ein Cornflakes rein. Cornflakes. Boah, wilde Fightmap, Digga. Ich sage dir early. Ist das Sniper, sei ehrlich. Nee. Du? Ehrlich. Die Waffe verzieht um mein Lebensgrauens. Digga. Das wird ein schmerzhaftes Video. Alles gut, Digga. Alles gut. Das wird schmerzhaft für dich jetzt. Also der Headshot ist egal, ob ich verloren habe. Ist mir scheißegal. Ich schneide den einfach nicht rein. Komm, er ist im G-Power jetzt. Hast du einen neuen Lieblingswaffe gefunden, oder was? Ach, er kommt mit Pumpgun und so. Okay, Junge. Du willst ernst machen? Ich mache ernst, Digga. Du musst noch rein leben. Du hast noch rein leben, Junge. Guck jetzt. Campst schon? Campst schon, sei ehrlich. Siehst du mir nicht durch die Wand? Nee. Ich dich aber. Damit hast du nicht gerechnet. Hä? Irren nur Kursflicks. Ein Leben nur noch. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Team Dürer muss gewinnen. Du weißt Bescheid. Was hast du eingekauft, sei ehrlich? 82 auf Neck. Look jetzt, no Scope. Will das Scope, Scope? Willst du rauskommen aus deinem Baum? In einem Raupe. Look jetzt, sei ehrlich. Du kriegst jetzt so einen Flicky. Der wäre so gut, wenn du das schaffst. Junge, wie viel Damage macht die? Wir machen bis vier Leben. Ja, okay, komm. Ich würde andere jetzt so tot rushen. Du hast noch zwei Leben? Ich habe noch ein Leben, okay? Au. Geh schlafen, Junge. Geh schlafen, Junge. Mach fünf Leben. Okay, fünf Leben. Guck mal, guck. Ich habe schon schießt. Wie kacke ab, Ding, eigentlich. Geh schlafen. Aber bei deinem Set, da muss ich halt ein bisschen campen, Digga. Da muss ich dich in Schutz nehmen. Weil du hast eine Pump gar nicht, nicht? Bis die Snowskope. Bis die Snowskope. Na, ich habe ganz den Waffen hin und her gewechselt, wie so ein Vollidiot. Du hast bis fünf gesagt, gell? Nein. Okay, Freunde. Der andere hat das Ding gewonnen, Freunde. Kurz geht raus. Lasst ein Like und ein Abo damit, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mal sagen, Junge, woher? Ja. Checkt euch hier über andere ab, Freunde. Ich würde mal sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.